Hallo, willkommen zu unseren Filmen. Hallo, willkommen. Heute stelle ich euch meine Filmpartner vor. Luca, das hier ist einmal Luca, Lisa und Mira. Und ich bin nur Moritz. Was ist das denn? Wir müssen mal nachgucken. Das sind die zwei Mädchen. Ich mache nicht mal auf die Suche. Oh, hier ist der Teddybär. Oh, hoffentlich sind sie nicht geschrumpft. Wir gucken mal auf der Käthe. Vielleicht sind sie hier. Vielleicht sind sie ja hier oben. Luca, hier sind sie nicht. Ja. Wir gucken mal bei diesem Fahrzeug. Okay. Ich kann nicht hier in den Mäuschen drin sein. Ja, hier in der Gaststelle sind sie auch nicht. Sondern nicht eigentlich in der Bahn. Da sind sie auch nicht. Wir gucken mal auf den Panskorn. Echt, echt nicht. Daraus sind sie gleich hier aus. Ich gucke mal auf den Panskorn. Hier sind sie auch nicht. Das ist sie auch nicht. Ich gucke mal auf den Panskorn. Das ist sie ja auch hier bei den Panskorn. Und hier sind sie auch nicht. Oder auch vielleicht hier. Und hier. Und da haben wir ja. Gucken mal. Okay, hoffentlich ist mit den zwei Kindern nichts passiert. Oh, hoffentlich. Sitzen die nicht irgendwo in den Grenzen von dir? Oh, hier ist ja noch eins. Ich geh mal hereingucken. Oh, da sind ja die zwei von noch drei Kinder. Ich hab sie gefunden. Endlich, wir haben uns gefunden. Wir haben schon Zeug ja alles. Action! Wir haben euch nur wegen dem verlorenen Berg gefunden. Oh, danke. Auf zum nächsten Abenteuer.